Der Lenz-TV Der Lenz-TV Der Lenz-TV Das Aylin-TV Der Lenz-TV gegeben, aber ja, die Torhüter, die wurden da noch nicht so richtig geprüft. Dann hatte Rapid, glaube ich, die beste Möglichkeit im ersten Durchgang aus ihrer Sicht eigentlich nur, ja, also einen Distanzschuss gab es von ihnen und da eine Hereingabe über die rechte Seite, wo Freund und Feind dann den Ball nicht erwischt haben und der dann in Seiten aus dann gegangen ist. Ansonsten hatte dann Sturm auch noch eine gute Möglichkeit. Über die linke Seite gab es die Flanke und ja, dann war es Ota Kitajewili mit dem Kopf, der dann auch, ja, Strebinger im Rapidkasten geprüft hat. Also wie gesagt, generell die erste Hälfte, Sturm eher dominierender, Rapid war da schon ziemlich passiv. Die ganz großen tausendprozentigen Möglichkeiten gab es da nicht, aber wenn es was gab, dann eher von Sturm. Zweiter Durchgang, Sturm macht eigentlich dann unbehellt weiter, weiterhin Richtung Rapid-Tor größtenteils. Man hatte da auch über die linke Seite wieder eine Möglichkeit. Jakob Janscher ohnehin sehr, sehr auffällig in der Partie, war so ein bisschen auch der tragische Held fast, im Großen und Ganzen von Sturmseite aus. Mit der Flanke und Kuhn, der Ex-Hütteldorfer, mit einer guten Möglichkeit, spielt den Ball dann ganz, ganz knapp oder spitzelt ihn ganz knapp am Kasten vorbei. Also da, keine Ahnung, ob man da eher von Unvermögen oder Pech reden möchte. Ich würde eher sagen, Pech. Das war schon die dicke Möglichkeit zur Führung. Die geschah dann aber doch wenig später. Ich glaube, Minute 52 herum. Ecke, linke Seite, Jakob Janscher. Und Gorentz Dankowitsch mit dem Kopf. Strebinger fuchtelt da ein bisschen wild herum mit seinem Arm. Und ja, der Neuzugang aus Huddersfield, der großgewachsene Slowene, eben mit seinem ersten Pflichtspieltor für Sturm und mit der verdienten Führung, wie ich finde, zu diesem Zeitpunkt zum 1 zu 0 für die Blackies. In weiterer Folge, ja, versucht Sturm trotzdem auch nach vorn weiter zu spielen. So, ja, um die 70. Minute herum passiert aber dann der Ausgleich. Da muss man sagen, das Ganze ziemlich kurios. Ich glaube, allen voran ging ein Fehlpass unserer Blackies, so in den eigenen 16er. Da war der Rapidler Kara, der mit 7 Handel so irgendwie spazieren geht. Also 7 Handel rennt Kara danach. Geierhofer ist so dazwischen, aber kommt nicht richtig ran. Dann Kara, der den Ball zurückspitzelt mit der Ferse. Und dann ist es Demir, der dann nur mehr ins leere Tor einschieben muss, obwohl da noch zwei Blackies im Weg gestanden wären. Aber trotzdem der Ausgleich, Minute 68 für Rapid. Man muss auch sagen, nach dem Ausgleichstreffer war der Flow so ein bisschen weg bei Sturm. Ja, die Rapidler hatten dann doch vermehrt die ein oder andere bremsliche Situation. Also innerhalb des 16ers, ich glaube, nach einer Ecke ging dann wirklich ganz, ganz knapp ein Kopfball am Kasten von 7 Handel dann vorbei. Und ja, dann gab es noch eine zweite Möglichkeit, auch über die rechte Seite war es da, glaube ich, wo 7 Handel gegen, ich weiß nicht, ob es Kara war, aber wirklich gegen einen Rapidler gerade noch auf der Linie klärt. Also da hatten die Hütteldorfer durchaus Möglichkeiten, auch das Spiel für sich zu entscheiden. Die ganz große Dicke Chance aber fast mit dem Schlusspfiff hatte da nochmal Sturm. Angriff eben eher über links, links mittig würde ich sagen. Jakob Janscher bekommt den Ball in den Lauf gespielt, macht das technisch fein, schüttelt den Rapidler ab und dann spitzelt er den Ball wirklich Zentimeter am langen Pfosten vorbei. Wirklich unglücklich. Also das wäre das Golden Goal fast noch gewesen. Am Schluss hat es nicht sein sollen im Großen und Ganzen, muss man aber sagen, das Unentschieden nicht unverdient. Sturm, für meinen Geschmack, aus meiner subjektiven Sicht, bisschen näher trotzdem am Sieg im Großen und Ganzen. Auch wie gesagt, wenn Rapid die ein oder andere gute, wirklich sehr gute Möglichkeit ebenfalls gehabt hat. Auf jeden Fall zwei Punkte nach zwei Partien ist jetzt nicht die Mörderbilanz, aber da braucht man eigentlich auch noch nicht groß ins Negative zu gehen. Also die Leistung war okay. Das ist für mich mal die große Voraussetzung für die Saison. Das St. Pölkenspiel ist erst mal vergessen. Das heißt, die Jungs können, wenn sie wollen. Und ja, von dem her kann man da glaube ich wirklich gespannt auf die nächsten Partien sein, ob man die Leistung konservieren kann oder nicht. Also einfach mal abwarten, was die Blackies da als nächstes zeigen. Ich bin positiv gestimmt. Und ja, ich würde dann auch sagen, bevor wir das Video beenden, schreibt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare, was ihr zu der gestrigen Partie sagt. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwarzen! Und bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.